Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem Übungsvideo von Bildung Interaktiv. Wir sind in dem Bereich Grammatik Englisch und dieses Video ist ein Übungsvideo zu den If-Clauses Type 2, also die Conditional Clauses. Und es ist ein Übungsvideo, wir fangen also sofort mit den Übungen an. Es wird hier keine Grammatikwiederholung geben. Ihr wisst, wir haben eine Playlist zu den If-Sentences, zu den Conditional Clauses und das Grammatikvideo, das seht ihr euch bitte vorher an, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Das ist natürlich ganz wichtig und es geht hier mit den Übungen auch sofort los. Ihr legt bitte Stift und Papier bereit, sodass ihr das hier durchführen könnt. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann wisst ihr noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich würde euch bitten, nachdem ich erklärt habe, wie die Übung funktioniert, dieses Video anzuhalten. Dann die Übung schriftlich durchzuführen, lasst euch Zeit dazu, schreibt die Sätze bitte auf, macht es nicht mündlich und dann fahrt ihr das Video wieder ab und dann verbessern wir zusammen die Übung. So, auf dieser Seite habt ihr verschiedene Satzanfänge, die gehen los mit You have a lot of fun, if I not take my camera. Ihr seht schon, die Verben habe ich hier im Infinitiv aufgeschrieben. Das sind die Satzanfänge und die dementsprechenden Satzenten sind so ein bisschen durcheinander gemischt auf der rechten Seite in der grauen Box. Ich würde euch bitten, die Sätze zusammenzupacken. Manchmal sind auch mehrere Lösungen möglich. Natürlich sollen die Ergänzungen hier Sinn machen. Es sollen sinnvolle Sätze dabei rauskommen. Ganz wichtig sind jetzt zwei Dinge. Erstens, ihr achtet bitte darauf, ob ihr ein Komma setzt oder nicht. Teilweise ist das Komma ja auch schon eingefügt. Und ihr macht ausschließlich Sätze in Conditional Clause Type 2. Ganz wichtig, Conditional Clause Type 2. Also, wie gesagt, ihr müsst die Grammatik dazu wirklich drauf haben. Ansonsten wäre es sinnvoll, das erstmal zu wiederholen, weil die Übung jetzt komplett falsch zu machen, das ist nicht Sinn der Sache. Also, ihr macht Conditional Clause Type 2 Sentences. Bastelt diese zusammen, schreibt sie auf und dann verbessern wir zusammen die Übung. Also, jetzt das Video bitte anhalten und diese Übung ausführen. So, und ich gehe davon aus, das habt ihr jetzt erledigt. Und dann sehen wir uns mal an, wie ich diese Sätze gelöst habe. So, also wir beginnen mit Wie gesagt, es sind teilweise auch andere Lösungen möglich. You would have a lot of fun if you went on holiday with us. Wir haben ja in dem Grammatikvideo schon festgehalten, never put a Komma in front of if. Also, da muss kein Komma rein. Du hättest eine Menge Spaß, würdest du mit uns in die Ferien fahren. You would have, also hier ist mein Conditional. Und dann haben wir dieses if you went, hier steht ein Past Tense im Nebensatz. Und ein unregelmäßiges von to go, das denke ich mal, muss man ja sowieso wissen, dass es to go, went, gone heißt. Jetzt kommt eine Verneinung dazu. If I didn't take my camera, Komma, I wouldn't be able to take any pictures. Also würde ich meine Kamera nicht mitnehmen, dann könnte ich auch keine Fotos machen. If I didn't take my camera, hier steht das Komma, I wouldn't be able to take any pictures. Geht natürlich auch alles mit der Verneinung. Der Verneinung im Past Tense, da muss man immer ein bisschen aufpassen, läuft im Englischen ja eigentlich dann immer über didn't. If I didn't take my camera. Jetzt habe ich dann Folgendes gemacht. If you took the dog for a walk, I wouldn't have to do it. If you took the dog for a walk, I wouldn't have to do it. Also würdest du den Hund mal spazieren oder würdest du mit dem Hund Gassi gehen, dann müsste ich nicht machen. Also das ist so, ja, ganz typisch Englisch. If you took the dog for a walk, I wouldn't have to do it. Also haben wir hier auch das Komma, I wouldn't have to do it. Da vor dem Subjekt im Nebensatz haben wir da eine Verneinung hier im Conditional. I wouldn't have to do it. Ja, das müsste ich nicht machen. Wenn du endlich mal mit dem Hund Gassi gehen würdest. Grandma would be sad if she didn't see us this weekend. Oh, Omi wäre ganz schön traurig, wenn sie uns jetzt am Wochenende nicht sehen würde. Grandma would be sad if she didn't see us this weekend. No comma in front of if. And then we have If you went to the concert, you would have a good time. If you went to the concert, you would have a good time. Ich denke mal, die Engländer, die Amerikaner würden das hier abkürzen. You'd have a good time. If you went to the... Hey, würdest du aufs Konzert gehen? Oh, du hättest bestimmt deinen Spaß. Und gleichzeitig natürlich... Well, if you went to the concert... Hm, wahrscheinlich willst du gar nicht gehen. Das ist so damit ausgedrückt. If you went to the concert, würdest du gehen? Da würdest du echt deinen Spaß haben. Also, wie gesagt, so habe ich die Satzteile jetzt hier zusammengebaut. Sind teilweise auch andere Kombinationen möglich. Die habe ich jetzt nicht alle abgedeckt, aber so kann man das auf jeden Fall machen. Also gut, okay. Seht euch die Sätze nochmal an. Haltet das Video gerne nochmal an. Merkt euch, die Verneinungen didn't take im Past Tense muss ich mit dem didn't arbeiten. Oh ja, ich muss meine unregelmäßigen Verben vielleicht mal wiederholen. Ja, took. Ja, das muss ich natürlich wissen. Wend, das muss ich wissen. Und da kommen später auch noch einige, die sind noch ein bisschen komplizierter. Gut, das war die erste Übung. Wir machen gar nicht lange rum und gehen gleich zur zweiten. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und zwar würde ich euch bitten, Folgendes zu machen. Ihr macht Sätze. Die beginnen alle mit if you. Und dann nehmt ihr eins, zwei, drei, vier, fünf Möglichkeiten, diesen if-Satz erstmal anzufangen. not feed your cat, get enough sleep, study your grammar, not have enough money, look into the mirror in the morning. Ähm, so, und jetzt geht es drum wieder Conditional Clause ist Type 2. Also, jedes Mal muss hier nach dem if you ein Simple Past eingesetzt werden, ein Past Tense. Und dann müsst ihr einen Hauptsatz komplett selber dazu erfinden. Also, das sind hier die drei Punkte, die immer so nach diesen Satzanfängen stehen. Not feed your cat, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. If you not feed your cat, okay, da muss ein Past Tense rein und dann muss ich einen Hauptsatz dazu erfinden. Das heißt, wir haben jetzt alle unterschiedliche Sätze. Und das ist so eine ganz typische Übung, die ich von meinen siebten und achtklässlern erwarten würde. Ähm, ich, als Englischlehrer will ich gar nicht unbedingt, dass alle immer die gleiche Lösung haben. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Formen einzusetzen. Es geht darum, mir zu zeigen, dass sie, dass meine Schüler verstanden haben, ähm, dass meine Schüler verstanden haben, was sie hier tun und wie diese Zeit anzuwenden ist. Und damit ist es ganz gut, wenn jeder individuell seine eigenen Sätze hat. Und deswegen machen wir das so. So, ihr haltet die Übung wieder an, ähm, erledigt das. Fünf verschiedene Sätze, dann schauen wir uns mal meine an und ihr könnt nebenher eure so ein bisschen mit verbessern. Die Zeiten sind ja eigentlich immer die gleichen. Also, jetzt die Übung bitte anhalten. So, und dann sehen wir uns mal an, was ich hier zusammengebaut habe. Ich habe das folgendermaßen gelöst. If you didn't feed your cat, it would choose another home. Ey, würdest du deine Katze nicht mehr füttern, dann würde sie sich eben ein anderes Zuhause suchen. Ja, das machen Katzen so. If you didn't feed your cat, it would choose another home. If you didn't feed your cat, dann wird es gleich ausgedrückt, well, you feed it. Okay, also natürlich fütterst du deine Katze und deswegen geht sie auch nicht weg. Dann habe ich das folgendermaßen gelöst. If you got enough sleep, you wouldn't be so tired in the morning. Würdest du endlich mal genug schlafen, dann wärst du morgens eben nicht so unausgeschlafen. If you got enough sleep, you wouldn't be so tired in the morning. Eure Sätze sind natürlich anders, das ist auch gut so, aber das would, das denke ich mal, das sollte überall bei euch mit dabei sein. Ansonsten ist es euch überlassen, wie ihr diese Sätze zu Ende bringt. If you studied your grammar, würdest du endlich mal deine Grammatik lernen, you would get better grades. Dann würden sich deine Noten auch verbessern. If you studied your grammar, you would get better grades. Und dann habe ich das so gemacht, if you didn't have any money, you wouldn't be able to buy new things. Hättest du nicht genug Geld, dann könntest du eben keine neuen Dinge kaufen. If you didn't have enough money, also hier mit der Verneinung, if you didn't have enough money, you wouldn't be able to buy new things. Und dann haben wir noch eine Letzten. If you looked in the mirror in the morning, würdest du am Morgen mal in den Spiegel gucken, maybe you would comb your hair once in a while. Dann würdest du vielleicht auch ab und zu mal dein Haar kämmen. Okay. If you looked into the mirror in the morning, maybe you would comb your hair once in a while. Okay. Also, nochmal angucken, in aller Ruhe nochmal durchlesen, auch eure Sätze nochmal durchlesen. Ihr seht schon, das WOULD sollte bei euch wirklich in jedem Satz da sein. Ansonsten habt ihr individuelle Satzenden, Sätze gemacht und das ist auch gut so. So sehen jedenfalls meine aus. Und dann gehen wir weiter zu einer Übung und jetzt geht das Ganze folgendermaßen. Ihr seht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Satzanfänge. Manchmal geht der Satz mit if an, manchmal geht der Satz mit dem Subjekt an. Eure Aufgabe ist es, diese Satzanfänge zu übernehmen, dann ein Komma zu setzen oder eben nicht. Und dann individuell auch wieder diese Sätze zu Ende zu bringen. Also, wir haben wieder unterschiedliche Lösungen, das ist auch gut so, aber so in der Struktur her sind die Lösungen trotzdem alle irgendwie gleich, zumindest in der Grammatik. Also, ihr wisst jetzt schon, wie es läuft. Ihr haltet das Video an, schreibt die 7 Sätze bitte schön auf und dann fahrt ihr das Video wieder ab und dann machen wir zusammen zumindest mal meine Verbesserung. Also, jetzt das Video bitte anhalten. Und hier sind wir wieder zurück und gehen gleich in den ersten Satz. If I were a police officer, I would carry a huge gun. Also, wäre ich ein Polizist, dann würde ich eine große Waffe tragen. If I were, das hatten wir schon besprochen in dem Grammatikvideo zu den If Clause is type 2. Ihr könnt auch If I was schreiben, aber If I were klingt einfach ein bisschen schöner. If I were a police officer, I would carry a huge gun. Euer Satz ist anders. Das WOULD denke ich, das ist da und das Komma, das solltet ihr auch nicht vergessen. If I could travel back in time, I would challenge Robin Hood for a fight. Ey, könnte ich in der Zeit zurückreisen, dann würde ich Robin Hood zu einem Kampf herausfordern. If I could travel back in time, I would challenge Robin Hood for a fight. If I could, das ist das Past tense von can hier, If I could travel back in time, I would challenge Robin Hood for a fight. Das WOULD sollte bei euch da sein, ansonsten habt ihr euch eure eigenen Satzenden ausgedacht. Und My mother would kill me. My mother would kill me. Meine Mutter würde mich umbringen if she knew I had taken the car for a drive without asking. Wenn die wüsste, dass ich das Auto genommen habe, um damit rumzufahren, die wird mich umbringen. My mother would kill me. If, kein Komma, no Komma, in front of the if please. If she knew past tense, I had taken, da gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter zurück, das ist so ein Past Perfect. If she knew, da ist mein Past tense, I had taken the car for a drive. Or for a ride. If humans had tentacles instead of arms, also wenn die Menschen Tentakel anstatt Arme hätten, we would be able, das would ist das Wichtige hier, dann geht euer Satz irgendwie anders zu Ende. We would be able to hold a knife, a pen, a glass, fork and spoon all at the same time. Also gut, okay, jeder hat seinen eigenen Satz. Ich habe eben diesen Satz gebastelt hier. If humans had tentacles. Wenn die Menschen Tentakel hätten, ja, so als Krage sozusagen, ne, instead of arms. und dann haben wir noch folgendes. If I carried medieval armor, I would be struck by lightning. Ich glaube, der Satz ist andersrum. I would be struck by lightning, no comma, if I carried medieval armor. Ich habe es jetzt hier umgedreht, habe mit if begonnen. If I carried medieval armor und deswegen ist auch das Komma jetzt bei mir da, das bei euch wahrscheinlich nicht da ist, weil vor dem if steht ja keines. I would be struck by lightning. Also, der Blitz würde mich treffen. I would be struck by lightning. Der Blitz würde mich treffen. If I carried medieval armor, wenn ich so eine mittelalterliche Rüstung aus Metallern hätte. I would be struck by lightning. If I carried, here is my past tense, medieval armor. So, und dann haben wir noch folgenden. The world would be a safer place. Oh, die Welt wäre sicherer. The world would be a safer place if nuclear bombs were never invented. Hätte niemand die Atomraketen erfunden. The world would be a safer place if nuclear bombs were never invented. Ja, es ist jetzt hier schon, das ist jetzt eigentlich schon auch so eine kleine Vorschau auf das, auf dieses nächste Grammatikvideo. Es gibt ja drei Typen von if-Sätzen und conditional clauses und wir haben dann noch if-Sentences type 3, die stehen noch aus. Eigentlich wäre vom Gefühl her wäre es besser, ich würde sagen, the world would be a safer place if nuclear bombs had never been invented. Wenn sie nie erfunden worden wären, das im Deutschen ein bisschen schwierig auszudrücken, aber had never been, das klingt schöner hier, ah, dann were is completely alright. Das würde ich meinen Schülern niemals anstreichen. So, und dann haben wir jetzt noch den letzten und jetzt ist es wirklich ein Ausblick auf die, auf das nächste Video und auf diese Grammatik. Das sind ja jetzt eigentlich ist gar kein Past-Tense und gar kein Conditional 1 drin. Das ist jetzt ein Past-Perfect und ein Conditional 2 und darum geht's in dem Grammatikvideo zu den Conditional-Clause type 3. Ich hab folgenden Satz gemacht, if Harry Potter hadn't killed Voldemort, wenn er ihn nicht getötet hätte, also jetzt gehen wir wirklich zurück in die Vergangenheit, if he hadn't killed Voldemort J.K. Rowling would have written another book, dann hätte sie ein weiteres Buch geschrieben. Ah, probably, vielleicht. Also, jetzt hier als Vorschau sozusagen auf das Video zu den If-Clause type 3, if Harry Potter hadn't killed Voldemort J.K. Rowling would probably have written another book. Ja, ich kann das natürlich aber auch mit den typischen Past Tense und Conditional One machen. Also, gut, okay, so ist euer Satz auf jeden Fall richtig, beziehungsweise meiner ist so gut. Wenn ihr ein Simple Past in dem zweiten Satzteil habt, dann ist das auch in Ordnung, das kann man so machen. Ja, das waren die Übungen zu den If-Clause type 2. Ich sage stay fit and live healthy und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.